Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Hat er doch schon am Simi gesagt, dass er heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rumiabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Die Mama ist heute nicht zu Hause. 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 Die Mama ist heute nicht zu Hause.